Ja, da sind wir wieder. Energiequickies online diesmal, Esther. Und wir haben neben unseren Präsenzveranstaltungen festgestellt, dass viele, die jetzt nicht nach Paderborn kommen können, weil es aber die Zeit nicht erlaubt, trotzdem Interesse haben, teilzunehmen. Und die Resonanz ist riesig, oder? Ja, die ist ausgesprochen groß. Wir beide sind gerne Gastgeber, das spüren Menschen natürlich auch. Wir haben beide ganz viel Energie, das zieht auf Menschen an. Und somit sind wir gebeten worden, hey, könnt ihr das nicht online machen? Dann können wir auch teilnehmen, ganz egal, wo wir sind. Und unsere Mission, das, was wir wollen, ist wirklich Menschen anstecken mit unserer Energie und wiederum anderen Menschen, die auch schon so unterwegs sind, eine Plattform zu bieten, sich zu zeigen, uns zu verraten, wie die sich in diesem guten Zustand halten, mit diesem tollen Zukunftsmindset unterwegs zu sein. Und dann darf es das verbreiten, das darf andere infizieren. Ja, und da haben wir ganz tolle Referenten oder Impulsgeber mit dabei. Deswegen schaut rein, die Termine sind online. Und wir beide freuen uns riesig auf eine breite Teilnahme. Kurze, aber sehr impulsvolle 30 Minuten, vielleicht 60 Minuten. Schauen wir mal, wie viel Energie fließt und welche Fragen dabei sind. Jawohl, fühlt euch eingeladen. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Ciao.